So. Kommen wir doch gleich mal weiter. Wie sieht's hier aus? Was haben die Kollegen so geleistet? Haben die auch genug Essen eigentlich? Nicht, dass sie am Hungern müssen. Nee, die versorgen sich gut. Oder? Läuft die Ernte auch? Ja. Transportieren. Aber wir haben auch schon jemanden zu bewässern. Der kann bewässern. Der kann auch bewässern. Sehr gut. So. Ich glaube, ich kann die verbesserte Werkbank auch gleich bauen. Werkbank, 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 Werkbank. Werkbank. Jetzt fehlt mir plötzlich alles. Acht Nägel muss ich bauen. 15 Metallbart. Ach, echt viel, hey. Dann machen wir das doch. Ah, super. Ich habe nicht genug Erz. Verdammt. Ich habe hier auch keinen normalen Stein. Das heißt, ich kriege auch kein Erz. Oder tut das auch Erz produzieren? Ich glaube, nur Stein. Nee, nur Stein. Oh, nö. Da habe ich natürlich nicht gedacht. Das ist jetzt auch kein Stein, wenn man so abbauen kann, ne? Nö. Oh, das ist aber eine Truhe. Sehen wir mal gleich mit. Hier ist auch ansonsten gar nichts. Holzmünchen, Medizin und Brot. Ja, das mit dem Erz. Habe ich jetzt nicht bedacht. Irgendwie was für Erz abbauen habe ich auch nicht, gell? Kommt da hier noch was dazu? Kühlbox. Okay. Eine Mühle. Aber Erz, für Erz habe ich nichts, gell? Das tut nur Stein abbauen. Wo ist das? Hm. Ich stehe natürlich nicht dran, ob das auch zufällig noch Erz abbaut. Gut, dann gehen wir mal Erz suchen. Warte, hier, das Zeug kann ich halt da lassen. Oder? Aber das Lagerumbau muss ich auch noch machen. Aber das muss nicht jetzt sein. Hä, wieso ist das hier eigentlich der Scheiß drin? Ach, machen die es da rein? Ah, Mann. Natürlich doof. Natürlich nichts in der Sache. Hier, Leder. Das, das. 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 Ich werde mal hier auf Max machen. Öffnen. Schließen. Nice. Stell wieder zurück. Bauen wir mal ein bisschen Erz ab. Ah, das können wir gleich hier machen. Hallo, runter. Danke. Stein, Stein, Stein. Nee, warte, bei diesen Erzdingern. Das ist glaube ich noch besser. Hallo. Hier, da hinten. Guck mal. Da kriege ich bestimmt nur Erz raus. Guck mal, wie ich nicht absteigen will. Erz. Ich habe es gedrückt, es passiert nichts. Ja, guck, ich kriege Erz. Super. Und wenn ich Erz habe, kann ich wieder Metall machen. Und wenn ich Metall habe, kann ich Nägel machen und eine erweiterte Werkbank. Das baut er wieder, ne? Hey, kommst du zurück hier. 23 sollte reichen. Guck mal, hier kann ich wohl auf dem Weg Fallen hinstellen. Das ist eigentlich echt gut. Hast du dich verlaufen? Guck, hier kommen die auch einfach nicht rein. Nice. Da vielleicht ein bisschen, aber das will man noch raus. Tor schließen. Nice. So, hier. Und Nägel mache ich auf der Werkbank. Nehme ich mal an. Wie brauche ich? 10. Okay. Das nehmen wir zweimal. Das heißt, 5. Ja. Gut. Das läuft. Ähm. Ist ein bisschen dunkel hier drin, ne? Ja, super. Ja, das ist doch gut. Das hier unten kann ich auch immer erweitern. Ja, was sagen? Ich baue hier nochmal aus oder da hinten. Ich glaube sogar hier würde ich eins ausbauen. Gut, das drauf Holz hacken, das bewässern. Der chillt wieder. Ja. 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 Mal schauen, wo wir die große Werkbank hinbauen können. Ja ja, ich soll einfach noch die Nägel sammeln. Oh. Tu muß müß wie langsam du. also sie weitermachen was geht die auch brav genug das sieht gut aus sieht doch gut aus so das habe ich auch zu wenig jetzt nicht mehr ähm so der ist von geschlafen gegangen aber warum gehen wir auch schlafen am tag gehen können so wie sieht es aus da macht es vorher an dankeschön dauert es lang jetzt haben wir erst vier geht doch nicht weg naja dann machen wir es kurz selber uh Statuspunkte schon mal ganz kurz nach hier werte erhöhen arbeitstemp kann man auch mal hoch machen ich tue die ganze f gedrückt halten äh statt die sachen zu nehmen äh statt zu bauen bleibt es darauf hängen da zu nehmen was die gleiche taste das stresst mich immer dass das nicht alleine nimmt ey aber hier kann ich doch jetzt teilbaren oh lege noch immer nicht fertig hier doch sieht doch gut aus sieht doch gut aus ja passt es auch rein ja super so soll ja ein bisschen nach was aussehen ne auch wenn das ding sehr schäbig aussieht aber mein haus ist schön das haus kann man wenigstens angucken so ähm helfe ich euch ein bisschen super nice jetzt kann ich hier momentan den gleichen scheiß machen wie rechts aber ich glaube ich kann dann hier zeug freischalten was ich dann bauen kann wie die metallspitzhacke metallachs das hebt dann alles länger die maschinenpistole kann ich schon machen ist auch nicht schlecht ich glaube das probiere ich mal alles ist auch drin oh jetzt brenne ich mache ich mich aus blenden das wasser richtig unnötig wieso lösche ich mich nicht alter das war jetzt echt unnötig ah egal so bitte ah da ist doch die maschinenpistole metallbaren zwei stück oh gott ich glaube mir fehlt erz da gehen wir kurz erz abbauen das war ein scheiß so komm her ey mach auf hier so dazu machen auf zum erz oh ne scheiß ich glaube auch spitzhacke geht es einfach auch gleich kaputt ist das erzforkommen wieder da ja entspannt oh man muss der erz ab aber dass ich nicht irgendwie anders erz abbauen kann also keine arm dafür braun kann ist auch ein bisschen nervig und safe gottlos spät und wir gehen wieder zurück komm her komm her so wo geht es runter hier hinten gell nein da oben tschuldigung oh mein gott ich habe vergessen wo ich runter muss hier ist es auf der Map ist das auf der Map erkennbar nö überhaupt nicht oh je irgendwann werde ich nicht mehr zurückfinden naja da kann ich von oben nochmal runter springen geht schon was ist das auf der Map was ist das auf der Map Die sind zufrieden. Ah, warte, hier muss ich hin. Den Scheiß muss ich schmelzen. Max. Und schmelzen beginnen. Ich glaube, erst brauche ich für nichts anderes. Gut. Reparieren. Die machen ich ja weiter fleißig. Ja, das läuft schon. Das ist schon ein gesundes, funktionierendes Ökosystem. Shit, das habe ich nicht erforscht, diese Farmer-Dinger. Nee, das Level habe ich noch gar nicht. Das Level habe ich noch gar nicht. Ein Übungs-Dummy. Kopf-Pflanzen-Z.com. Oh Gott. Käfig zum Ausstellen von Alan Pulse. Ah, okay. Ich kann dann sehen, was ich für welche wahrscheinlich habe. Level 60 kriege ich erst die Holzschutzwand. Gut, dann gucken wir mal, was wir hier machen können. Was war ich hier? Dann kann ich ja einen von dir mit dem Sturmgewehr ausrüsten, oder? Ich muss Maschinenpistole. Der Maschinenpistole halt. Ist es dann am schlauesten, den zum Kämpfen mitzunehmen? Weiß ich nicht. Die jetzt im Inventar, oder hat er die schon? Bist du jetzt schon mal in der Maschinenpistole ausgerüstet? Weiß ich nicht. Also, wie das jetzt funktionieren soll, verstehe ich auch nicht ganz. Ah. Den muss ich dann mitnehmen. Okay, das ist dann für To-Go. Das heißt dann... Ich glaube, da catche ich mir lieber einen neuen. Den lasse ich hier arbeiten. Und catche mir einen neuen. Oh, dafür muss ich ab und meinen... ...den Slot frei machen. Eigentlich habe ich die alle gerne dabei. Oh, fuck it. Dann lasse ich einen von denen hier. Den schwächsten. Ich nehme nur zwei von denen mit. Aber es wäre noch, sind die... ...da. Ich glaube, ich habe noch oben eine Box für so Sachen, wie das ganze Geld und so. Weil irgendwie sind das für Sachen, ich weiß nicht. Ich will die nicht unten lassen. Die Tür offen lassen. Ich soll doch irgendwie einfach hier durchkommen. Und dann darf ich... Dann ist halt alles weg, so. Ich will gleich wieder gehen. So. Da was sollte passen. Also Sphären habe ich dabei. Dann. Nee, warte. Über Schnellreise gehe ich wieder dahin, wo die... ...wo ich die gespottet habe. Und zwar hier hinten. Oder eher da. Eher hier. Also zwischen den zwei eigentlich. Und schauen wir doch mal nach. Oh. So, ja, natürlich sind jetzt alles voller Pinguinen, ey. Wo ich es ja nicht mehr brauche. Nee, nee. Da. Ja, da haben wir doch einen. Das Level 3, also catch ich quasi so. Oh, ich habe noch mal einen... Ja, da war ich so. Nee. Da muss er erstmal einmal angepiekst werden. Wo ist er? Hey. Recht Dachs, ey. Jetzt kommt er mir. du bist mich verarschen ja du bist du mich verarschen komm jetzt sag ich gerade sagen so nicht jetzt auswählen ne wild und nathane cool Warte mal, schieb es hole in der Hand. Wenn ich jetzt theoretisch gegen jemanden kämpfe. Wow. Oha. Ja, das ist wild. Ja gut, das machst du aber auch. Dann wieder aufladen, ne? Oder? Lädt es wieder auf. Ah ja, jetzt lädt es auf. Wo sich gedrückt hat, dass es so schneller auflädt? Ne, es lädt nur sehr langsam auf. Okay. Aber cool. Und dann nehme ich aber wieder meinen Ride-Kollegen. Weil es leveln wir den auch ein bisschen, ne? So, dann bist du ja auch. Was können. Wo ist der? Da ist er. Guck schon, ist er level 4. Ich glaube, er war level 3 am Anfang. Vielleicht müssen wir ihn noch ein bisschen füttern. So, besser halt. Könnte ich dir aber auch eine Medizin geben? Ne. Hm. Guck mal, wie die Sphäre nicht alle rumliegen, ey. Sehr gut. Gleich hier weitermachen. Nice. Ich hätte mir ein paar Pfeile machen können. Gut, war ja nicht unbedingt geplant, dass wir den auch gleich leveln. Andererseits kann ich aber mit dem Stock ein bisschen rumpiksen, weißt? Bei so kleinen Gegnern ist ja eigentlich auch jetzt nicht das Problem. Aber wenn da welche welche wäre. Ja. Guck mal da hin. Aber dass das so langsam aufliegt, dass das ein bisschen... Mäh. Aber komm. Nice. Ich selber mache ja gar kein Damage, ne? Ist ja auch krass. Aber sehr gut, das ist schon level 6. Läuft richtig gut. Sollen habe ich schon, gell? Ist das schon? Ja. Noch ein... Antike Dinger zum... Brauche ich. Diese antike... Fertigkeitspunkte. Oder nee. Forschungspunkt. Oder so. Ein paar wildere. Wir haben noch kurz wegsnecken. Sehr gut. Sauber. Hatte wieder ein paar Framedrops. Die habe ich noch nicht. Den brauche ich noch. Mann, das ist so schnell. Alles gut. Alles gut, Leute. Chillt. Ich brauche den. Nice. Das sieht spannend aus. Ich weiß aber nicht, ob ich mich anlegen soll, wenn ich keine Melle habe. Andererseits habe ich Machine Gun. Komm. Okay, Rückzug. Rückzug, Leute. Rückzug, Leute. Das ist ein bisschen zu viel. Hallo. Hallo. Kommst du auch zurück? Mein Gott. Oh Gott. Es leckt schon wieder, ey. Was ist denn los? Oh, die sind alle hinter mir her. Ich wollte den Großen nicht killen. Ich wollte ihn einsammeln. Das war wohl nicht so ganz geklappt. Naja, okay. Wir sind safe. Gut, äh, dann gehen wir mal ein paar Pfeile machen und gehen weiterleveln, oder? Schau wieder. Ganz random. Ganz random spürst du ab. Am PC kann es nicht liegen. Gibt es mir jetzt wieder den Stream abgekackt? Ja. Schon wieder der Stream abgekackt. Ja, keine Ahnung, was da los ist, ey. Läuft jetzt wieder? Ja. Läuft wieder. Mein Gott. Irgendwas wieder wegen der NVIDIA-Grafikkarte. Läuft schon wieder. Mein Gott, ey. Aber das ist jetzt der ganze Stream abbricht. Das ist zum Kotzen. Eigentlich seit vier Stunden am Stream, aber... Das soll ich so mal kurz zählen. Lol. Gerade dann links. Aber ich glaube, es scheint wieder zu laufen. Hoffentlich bleibt so. Gerade aus und dann links. So, wir sind dabei, noch immer Pfeile zu sammeln. Pfeile zu sammeln. Zurück zu gehen, um Pfeile zu machen und dann weiter... ...unser neuen Brett zu leveln. Oha, wie cool die leuchten im Dunkeln. Ich meine, klar, die brennen. Obviously. Aber sieht cool aus. Da oben ist, glaube ich, der Weg gut. Oh, eine Sphäre. Ja, scheiß drauf. Oha, ein bisschen Gas geben hier. Ist halt auch einfach die Schlaufen, Alpaka zu reiten. Das nehme ich noch mit. Das nehme ich eben nicht mit. Okay. Diese antiken Dinger. Wo finde ich die? Wie finde ich die? Das müssen wir noch herausfinden. Schon wieder ein paar Wilderer am Wilderen. Schnellreise. In Husellager. Immer ein kleines, schönes Lager. Bin ich very proud of. Was ist von da los? Eins, zwei. Ich werde alle noch fleißiger machen. Okay. Ich sehe schon kurz rein. Ich sehe keinen. Ich habe die auch erstmal nicht gesehen. Ich habe kurz gedacht, wo sind alle hin, Alter. Okay. Pfeile machen. Eigentlich kann ich hier wieder sagen. Yo, mach mich hier. Max Anteil am Pfeilen. Man soll nachher kommen und arbeiten. Keine. Egal. Gehen wir erstmal pennen, dass es wieder Tag ist. Ach, deswegen wahrscheinlich gehen die alle schlafen. Ja. Gehen sie alle in die Haier. Machen wir das doch auch. Gutes Nächte. Und ich stelle dir vor, du wirst so jeden Morgen geweckt, Alter. Riese. So. Ich will mir jetzt eine Pfeile machen. Dann suche ich halt eine Pfeile macht. Gut, die macht dann erstmal hier Feuer an. Du. 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 Du kommst mit. Ja. Ja. Huch. Mein Fehler. Alter, die machen viel zu viel Wolle. Hier, genau. Da gibt es Geschäft zu tun. Mach mal. Geil. So, während der hier Pfeile macht, kann ich parallel. Was war die bessere Werkbank? Das hier war die bessere Werkbank. Keine Pfeile machen, weil ich kein Holz mehr habe, wahrscheinlich. Ja. Natürlich habe ich kein Holz mehr. Was denn sonst? Gibt es hier was? Ah, ja. Entspannt. Das funktioniert auch mal, die Holzproduktion, sag ich dir ehrlich. Guck mal hier. Ah, so viele brauchen wir auch nicht. Das wird reichen. Denke ich. Feuertrüstung brauche ich auch mal. Wer schneller fertig ist, ist das ich oder der? Glaubt ein bisschen ich. Ja. Ich kriege sogar Hilfe wie nett. Da geht es glatt schneller. Wenn ich es dann anfangen kann, die auch so Munition und so machen zu lassen. Aber. So. Jetzt haben wir ganz viele Pfeile. Na ja, das Farmerding fehlt mir. Dafür brauche ich noch ein Level. Egal, ich gehe jetzt hier eh ein bisschen kämpfen. Dann level ich auch ein bisschen dabei. Viel fehlt der auch nicht. Was ist das G? Was ist das G? Ist das Gilde? Gilden Cache oder so? Was kann der? Wässerung, Handwerk, Transport. Dann gehen wir doch gleich mal weit auf die Jagd. Oder haben wir genug Pfeile? Ja, 30 Stück. Ich kann ja nicht Zeug ablegen, das wir nicht brauchen. Aber mein Kistensystem ist nochmal so scheiße. Ruhig fertig. Ja, da kann ich nicht aufeinander stacken. Ja, nee. Ach so ein Scheiß. Egal. Eigentlich nicht egal. Eigentlich brauche ich schon. Plötzlich kann man anfangen, die Kisten hier hin zu machen. Machen wir das mal. Ich hole jetzt einfach mal das Dach rein. Ist eigentlich eh egal, weil ich brauche das meistens ja nur zu produzieren. Und das ist ja automatisch, die Sachen aus dem Lager holen. Ja, ich glaube, das passt ansonsten. Das schaffte ich auch nicht so. Ah, das ganze Holz brauche ich nicht. Und ihr habt auch immer brav genug. Jawohl. Das macht ihr auch echt fleißig. Super. Gut, ich brauche davon nichts. Wir machen mal hier hin zurück. Und leveln unseren kleinen Bro. So. Wo ist er da? Nice. Das war nice. Da gibt es auch noch ein bisschen zu sammeln. So, machen wir weiter. Suchen wir die nächsten Opfer. Warte, ist er überhaupt gut zum Kämpfen geeignet? Aber der hat hier halt keine positiven oder negativen Arbeitsvieh. Aber ich brauche den gar nicht leveln. Ich brauche den eigentlich gar nicht leveln. Ich kann nicht gleich ins... Den schicke ich gleich in den Camp. Den Camp. Äh, äh, der Basis. Da setze ich ihn gleich ein. Das ist ein Arbeitstier, kein Kämpfer. Schau kurz, ob der andere vielleicht besser geeignet ist. Ja, ich brauche den jetzt unnötig leveln hier. Die Mühe macht. Ne, was wollte ich da? Wo ist der andere hier? Er ist fragil. So. Fragil, dann schicken wir da rein. Wenn der schafft, ist besser. Das ist ein Arbeitsvieh. Doof, 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 doof. Dann suchen wir uns einen neuen. Suchen wir so lange, bis wir den anständigen haben. Hm, ja, schon hier. Eines, ob aber Kampfattribute hat. Das wäre cool. Haben die vielleicht oben wieder jemanden gefangen? Das ist so einfach zu natzen. Das ist der Wahnsinn. So, befreien wir dich mal. ins Kopf. Super. Eisschade minus 10%. Das hat mir aber herzlich wenig gebracht. Du bringst mir auch gar nix. Minderwertige Munition. Ja. Mann, ich brauche echt nur langsam Waffen. Ich glaube, da haut er aber noch ein bisschen. Ob ich die gefunden habe, ob ich die nicht da hinten habe. Da muss ich hin. Da. Hey, zurück. Oh, ja. Ich habe noch eine Idee, dass ich besser zwischen den Parts wechseln kann. Die Taste und die Taste. Geht das auch? Geht das? Nein. Hier. Und da habe ich das nicht übernommen, oder? Funktion, Steuerung. Links ist das. Rechts ist das. Ja. Übernommen. Ja. Ja, Mann. Cool. Jetzt habe ich es an der Maus. Deutlich mehr Sinn. Kann ich im Kampf leichter wechseln. Ich hätte schon gerne diese Brutstätte, sage ich ehrlich. Ich bin da schon wieder. Ach, die sind diese anstrengenden. Mit denen will ich mich jetzt nicht fetzen. Gar keinen Bock. Die, die einen immer überfallen. Aber ich muss schon in die Richtung eigentlich. Ja, wenn ich mir blöd komme, nehme ich es auseinander. Wenn nicht, dann auch gut. Okay. Aber der kann bestimmt gut kämpfen. Komm. Oh, der muss ich aber nicht catchen lassen, oder was? Der Wechsel. Ja, super. Mann. Oh Gott. Der ganze Rudelhaar. Junge, wieso wollen die sich nicht catchen lassen? Oh Gott. Ich habe einen. Oha. Cool. Das habe ich einfach unfassbar viele Sphären und Pfeile gekostet. Ich bin da auch richtig scheiße, muss man auch sagen. Aber von dem Brede, den ich brauche, habe ich keinen gesehen. Von dem, den ich brauche, ist keiner weit und breit. Jedes Mal. Das, was ich brauche, finde ich nicht. Was bist denn du? Level 11. Könnte man sich mal überlegen. Also nicht jetzt. Dafür bin ich nicht ready. Das wäre, glaube ich, ganz cool. Wo bin ich? Ah, hier bin ich. Ne. Das. Gommen wir da rechts rum. Mal rechts gucken, was da ist. Was die wohl können. Oh, das ist, was ich brauche? Ach so, du killst sie mir nur. Oh, ich habe schon wieder keine Pfeile mehr. Das ist so ein Scheiß. Vielleicht, der haut doch nur wieder ab. Ach komm. Bevor ich den Piek so da runterfällt. Ja. Komm, bleib stehen. Und? Willst du mich verarschen? So, was ist denn ich denn scheiß Ernst jetzt? Ja. 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 Ja, dankeschön. Den sehe ich jetzt nicht. Muss ich ins Lager gehen? Ins Camp. Oh Gott, wo habe ich den übersehen? Ist ja süß. Oh je, oh je. Was? Ich habe da noch was Neues? Noch entdeckt. Ah ja, stimmt. Den habe ich entdeckt. Ja, ich glaube, wir gehen mal zurück. Gucken uns unser neues Team so an. Stellt uns ein paar Leute zusammen. Oh ja. Gehe ich mit? Ja, jetzt sind sie überall. Komm. Ja, komm. Ach, komm. Hätte ich wieder noch einen. Mann, ich habe keine Pfeile mehr. Oha. Wo ist er? Nehmen wir noch einen zur Sicherheit mit? Nee, du bleibst nicht drin. Vielleicht sogar noch einen. Weißt du, wenn wir schon da sind. Jetzt beschließe ich nicht immer. Wenn ich mit... Nee. Trotzdem alle weg. Nein, nein. Sind noch da. Junge, wie hast denn du geworfen? Junge, wie wirfst denn du? Ja. So was geht. Oh. Und? Jawohl. Gut, jetzt gehen wir aber zurück. Und schauen wir mal, wer von denen am liebsten kämpft. Ja. Da lang. Hey, es triggert mich irgendwas schön mit meiner Grafikkarte nicht. Er hat zweimal der Streamer abgegeschmiert und dann sagt mir was wegen Nvidia, Alter. Dies kann net sein. Warte mal. Da oben. Da oben. Dies kann net sein. So. Hier. Können wir schnell Reise machen. Gehen zurück. To the place I belong. To the Lager. We're on the mountain. Okay. Ähm. Wir wollten hier abchecken. So. Was haben wir so gecatcht? Das haben wir ein paar davon. Der hat nichts besonderes. Workaholic, Digga. Das sind nur Arbeitstiere. Das sind alles nur Arbeitstiere. Das ist auch Workaholic. Der ist fragil. Der ist bodenständig. Der ist tamt. Das ist bodenständig. Ja, nehmen wir den Workaholic hier. Oder was schaffen. Das sind alles scheiße. 30. Der ist halt fragil. Das ist halt auch nicht viel. Das ist halt auch nicht viel. Na. Das ist mit mir auch nichts. Was kann der? Auch ein Arbeitsvieh. Der ist aber absolut unnütz. Nehmen wir den mit. Aber ich glaube, ich muss eigentlich dringend Zeug freischalten. Ja, geht doch. Und zwar. Oh, ich hatte auf dem Reiten. Das ist cool. Aber. Was muss ich freischalten? Davor hier irgendeinen Scheiß machen, muss ich erstmal abchecken, was ich hier freischalten kann. Hier. Das brauche ich. Und was die Werkbank brauche ich. Genau. Den kann ich auch mit der Waffe ausrüsten. Ist auch nicht schlecht. Mit dem Sturmgewehr sogar. Vielleicht sogar besser. Aber das ist cool. Kann ich den reiten? Das ist bestimmt schneller. Nehmen wir mal. Dann. Okay. Das soll mich schützen vor Kopfverletzungen. Das glaube ich nicht. Aber was wir machen können, ist sagen. Sandsack. Da kann ich nämlich oben einen hinsetzen. Genau. Und den Scheiß. Was? Ich sehe sie nicht. Achso, da hinten. Ich dachte, das kommt jetzt aus dem Himmel so. Richtig schlau. Das sind so zwei Stück. Oh no, habe ich Angst. Lass mal ein bisschen näher kommen hier. Okay. Und jetzt? Das war ja ein wilder Angriff. So. Aber das mit Maschinenpistolen ist echt wild. Aber dass ich die erst mit Maschinenpistolen ausrüsten kann, erst dann selber. Achten bekommen, ist auch ein bisschen komisch. So. Jetzt habe ich das Zeug freigeschaltet. Was brauche ich dafür? Ja, mal für den. Ich brauche eigentlich nur noch Pallium. Pallium um Teilbarten. Da oben setze ich mal einen Sandsack hin. Das ist so ein Sandsack. Was ist das? Aua. Hier, Verteidigung. Ist das wegen den Kollegen wieder, oder? Ja. Brauche ich kurz selber. Das wäre halt edel, wenn ich da jetzt... ...zwei mit Maschinenpistolen hinsetzen könnte, einfach. Ich setze mal gleich einen hin. Und schaue, ob das funktioniert. Ja. D-d-d-d-d-d-d. Haben die durchgearbeitet, oder was? Ey. Darf ich dich mitnehmen, bitte? Darf ich dich bitte mitnehmen? Hallo. Alter. Musst du mich verarschen hier? So. Ich will schauen, ob er sich bewaffnet, wenn ich den da hinsetze. Beteiligt. Aber ist er jetzt bewaffnet? Nee, ist er nicht. Nee. Den lasse ich bei der Holz machen. Aber, ich habe eine Idee. So ein Flugding setze ich da einfach hin. Auch wenn es Quatsch ist. Äh. Oh, der fliegt ja. Alter, ob es einen Schlammschuss macht. 40 Damage ist eine. Ja, Mann. Also ich tue mal an, das ist Damage. Und 40 scheinen gerade eins der höchsten zu sein. Da machst du zum Beispiel nur... Den hat auch 40 sein düster Ball. Düster Ball und Giftschuss. Ja. Wahrscheinlich so zu... Ich habe keine Ahnung, was heißt denn das? Was heißt denn das, wenn ein Stämmerer Fuchs ist? Ich muss ja das ins Team machen, ne? Beteiligung plus 20. Guck mal, hier. Dann nehmen wir den doch. Gleich hier rein. Den haben wir. Das ist wild. Das heißt wild. Angriff plus 20. Ja, das brauchen wir hier nicht. Ne, ich warte hier. Den können wir hier drin lassen. Den tun wir mal hier rein. Unständig. Zum Beispiel Nachteile. Schaden plus 10. Okay. Wo ist der? Da hinten. Fällt er rum. So, dann setze ich ihn dann zur Verteidigung ein. Sollte dann da oben campen. Genau. Wenn da von da jemand kommt, kann er... ...zurückschlagen. Werder verwenden. Das passt. Das... Ich brauche... Angriff mal ein bisschen hoch machen. Komm. Ja, Technologie hier. Habe ich schon alles gesehen. Was ist denn hier für das so? Wirklich diese scheiß antike Technologie-Punkte her. Ist das so? Kann ich was machen? Was ist denn das? Ein Paradex? Ne, ich müsste sagen, ich hätte etwas Neues entdeckt. Nobody knows. Hass er mir bei der Technologie. Sieht doch alles schon mal gut aus. Ja genau, ich habe doch hier was ich bauen muss. Nicht bestimmt hier hin bauen. Nägel brauche ich. Alter. Ah, dann machst du mal, wenn es ausgeht, ne? Will wohl keiner kommen und mir helfen, ha? Dann meinst du wohl selber. Zwei. Noch ein bisschen. So. Ein, zwei, nicht. Holz, Paldium, Bruchstücke. Das war doch, mit dem Zerkleinern konnte ich mir Paldium machen, gell? Wie viel habe ich gebraucht? Zehn Stück, drei habe ich. Heißt, sieh, mach mal. Und Holz war's, gell? Alles nehmen wir mal. Oh Gott. Das ist viel Holz. Ein bisschen zu viel zu tragen. War ich, ich bin das an Holz? Ja. Helfe ich dem? Ah, ich kann ihm nicht helfen. Ah, er bewässert es hier unten und dann dreht sich das und dann wird es gemahlen. Dadurch, clever. Nun, eine Animation fehlt. Cool, cool, cool. Was brauche ich jetzt hier noch zum Verbessern? Ah, nur das. Man kann sich verbessern. Oh, ich bin hungrig. Lassen wir mal ein Ei hier. Sind alle satt? Jawohl. Noch drei Stück. Geht ja auch schnell. Ja, läuft der echt gut hier. Langsam wird's was. Ist er hungrig, ja? So. Armbrust, Feuerpfeil, Armbrust. Alter. Gygosphäre. Zement. Dega. Stationäre Armbrust. Bei 29 komme ich erst zur Pistole. Tschösch. Wie sieht's aus. Oh, das eine geb ich mir noch. Wollen wir das hier hin, ne? Gott, wie goldig. Sehr winzig. Jetzt einfach hier hin. Ich glaube, diese Kiste ist dumm platziert. Ich glaube, ich nehme die Sachen aus der Kiste raus und platze die auch an dir. Aber dann kann ich mich hier hinten ausbauen. Das war zu knapp werden sollte vom Platz. Aber ich glaube eigentlich nicht. Schwache Medizin. Hm. Hübsche Blume. Meine Pilebox verbessern. Schön. Das machen wir doch gleich. Nice. Kühlbox. All pass. Wird eine Werkbank. Danke für den Follow euch. Den Namen müsst ihr nicht lesen. Angelina. Cherise. Danke für den Follow. Kühlbox. Hab ich alles am nächsten Level? Ah, es wäre eine Werkbank. Im übernächsten Level. Ich glaube, wir müssen leveln, Leute. Ich glaube, wir müssen leveln. Mann, Kacke. Das nervt mich gerade voll am Bauen und so. Fühle es gerade voll. Aber ich glaube, dann müssen wir mal wohl ein bisschen Fight-Mighten gehen. Aber ich habe auch echt wenig. Soll ich versuchen den? zu catchen vielleicht sogar. Habe ich noch Megasphären? Habe ich. Wie könnte ich Sphären wechseln? Zwei. Eine Megasphäre. Ja. Probier mal, oder? Ja, komm. Komm, 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 komm. Probieren wir. Pfeiler habe ich genug. Team ist am Stüssel. Dann probieren wir es. Am besten komme ich sogar bei dem Weg, oder? Müssen wir durch die Burg laufen. Oh, das wird einfach schief gehen. Das würde ich vergessen haben. Ja, das passt schon von der Ausrüstung her und so. Ja, I need you. Nur doch. Was war jetzt schon wieder dein Problem, hey? Andauernd. Ich hole den raus. Der vielleicht hat Leute anzugreifen. Bisschen Piano, Kollege. Wir müssen nicht alles bekämpfen, was wir sehen. Ich schwöre es euch. Ich habe das aggressivste Alpaka der Welt. Irgendwo hier ist er. Irgendwo hier. Ach, da ist er. Mal schauen, wie das klappt. Aber das mache ich nicht mit dir. Das mache ich mit dem Kollegen. Das wird so schief gehen. Egal. Ich bin gefroren. Wie komme ich hier raus? Kann ich den überhaupt catchen? Ja, Mann. Ich kann es tatsächlich. Wow. Was? Yo. Antik-Technologie-Punkt. What? What? Direkt zurück ins... Komm her, komm her, komm her, komm her. Wohin läuft schon wieder? Müssen wir schon wieder Leute angreifen? Mal Alpaka. Wir haben gesagt. Bro, bist du vielleicht Karl? War gar kein Alpaka? Nein, Karl. Das tötet Menschen. Nee, das war kein... Das war ein Lama. Lama mit Hüten waren es. Alter. Das hieß Lamas mit Hüten. War es ein Alpaka? Wahrscheinlich. Das war wild. Moment. Kann ich den jetzt auch usen so als Team-Member? Das wäre halt richtig cool. Ähm, 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 ähm. Wo war noch mal diese Schnellreise-Punkte unten? Das wäre so cool. Aber dann ist es ja eine Boss-Fight im Turm. Easy. Ah, sind wir den Großen. Der ist Level 38, Alter. Muss man nicht übertreiben. Der ist Level 23. Wieso ist hier ein Level 38 so random? Ja, Mann. Drachenkanone, Eisrakete. Sadist. Sieht ziemlich süß aus für einen Sadisten. Ansonsten kann er, glaube ich, von der Arbeit her nicht so viel leisten. Der ist halt stark. Werdet halt die geile Gun. Mann. Ich weiß ja auch nicht. Aber. Was ich weiß. Ist, dass wir einen... einen Gutkasten bauen können. Das ist auch cool. Natürlich auch wild. Ist alles wild hier. Ein Pal-Entsafter. Wirklich? Okay. Ähm. Ja. Ja. Gutkasten. Was brauchen wir für den Gutkasten? Stoff und Aldium. Wie viel Pal-Entsafter war das? Zehn Stück. Schiesel. Warte mal. Direkt. Direkt. Äh. Nehmen wir die Hälfte und legen es einfach auf den Boden. Boah, ich bin nochmal zu schwer. Meine Güte. Guck mal, machen wir mal jetzt so. Kann ich nicht sagen, hier noch mehr? Ne. Ne. Okay. Also, wo ist das mal ins Lager? Stein hatte ich hier. Boah, habe ich auch kein Holz mehr? Kann das sein? Ach. Nein. Die fangen an, die Sachen hier hinten ins Lager zu stellen, ne? Ja. Die machen mich fertig. Ich glaube, ich muss so ein Allgemeinlager machen. Und hier mal einfach alles reinstellen. Bist du fertig? Nein, da hat er eins gemacht. Kollege. Was machst du? Nein, 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 nein. Ich brauche dich jetzt viel wichtiger. Hier. Was in der Nähe ist nichts zu tun? Ich hieß, was zu tun. Mach. Jawohl. Jawohl. So. Es ist schon fast 2 Uhr. Ich mache mein Schlaf. Das muss halt direkt am Anfang von meinem Urlaub kaputt. Weltklasse. Warte mal. Was brauche ich jetzt eigentlich noch alles zum... Ah, leveln muss ich. Weil ich kann hier gar nichts machen. Ja, ich muss level... Ich glaube, level 14 brauche ich minimum. Also 2 Level muss ich leveln. Ich kann auf dem reiten. Ich kann auf dem reiten. Brauche ich ja den gar nicht mehr. Ich weiß nicht, was schneller ist. Ich glaube, das finden wir am besten beim nächsten Mal heraus. Opa. Weil es ist spät. Und auch ich sollte irgendwann schlafen gehen. Bis zum nächsten Mal. Schusi. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020